Yo, yo, ihr Verrückten Wieser, willkommen wieder heute beim neuen Pixel Wieser Video. Das Bauwerk ist nicht so groß, kommt von Wingman und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Und das war's auch schon wieder mit dem Video. Wie fandet ihr eigentlich das Gebäude? Weil man würde zwar sagen, dass es clean gebaut ist, aber eigentlich hat es ja doch sehr viel Detail. Und ich glaube, es kann sich hier auch niemand beschweren, dass es irgendwie zu viele glatte Wände gibt oder so. Also schreibt da mal eure Meinung in die Kommentare. Seid nicht zu böse, übt konstruktive Kritik. Und wenn ihr Bock habt, das Bauwerk selber zu verwenden, vielleicht als Serverlobby oder als Wartelobby oder so, könnt ihr das gerne in unserem Shop kaufen. Der Link dazu ist auch in der Infobox. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin haut rein, habt viel Spaß und Cheerio.